Ja, das sind wir uns bewusst, dass das eventuell nicht klappt, aber wir spüren keinen Druck, wir wollen das leicht angehen. Wir haben die Erfahrung, wir haben das nötige Selbstvertrauen und wir werden das... Es ist natürlich scheiße, wenn ein deutsch sprechender Trainer daneben dran sitzt. Die Frage war, ob es uns hilft, dass wir die Champions League gewonnen haben, dass wir es in Situationen wie dieser bisher immer geliefert haben. Und er hat nicht gesagt, wir wollen es leicht angehen, sondern wir sind uns bewusst der Schwere der Aufgabe, der ganz normale Zeug. Also schon zuhören, sonst kann ich es auch übersetzen. Das ist ja nicht so schwer. So, I'm in a competition mood already, I can tell you.